hey leute und willkommen zu einer runde badwars heute auch mit einer challenge aber wir sind nur zu zweit und hauptsächlich fungiert das ganze als ein info video aber wir machen auch eine challenge dabei und zwar die challenge ist die sogenannte freund challenge von weißt weißt du gerade moment nein nein ich bin ich bin quasi da ich bin übrigens auch dabei genau der floh dabei okay kann ich doch gerade nicht gucken weil ich mich irgendwie verklickt habe okay ja dann mache ich so lange so was ich mich nur frage ist warum sie warum sich unsere teammates gar nicht bewegen die machen einfach gar nichts hallo ich habe eine challenge für euch die freunde challenge ihr dürft nur fünf blöcke voneinander entfernt sein und wenn jemand stirbt müssen die anderen runterspringen viel spaß dabei genau und wir machen das ganze so dass wenn einer in die mitte geht der andere auch in die mitte muss also vor komm her komm her dieses ja warte und dieses runterspringen machen wir nicht das wäre ein bisschen heftig sondern wir machen stattdessen dass der halt dann direkt selbst wenn der zwei blöcke im bett ist direkt zurück zur base rennen muss so ähm bist du gut unsere andere unsere restlichen team mitglieder machen gar nichts aber es ist ja auch gar nicht der sinn also ist auch gar nicht jetzt der sinn hier zu gewinnen denn eigentlich wollten wir euch informieren darüber dass der tt genau der ts server bleiben kurz stehen dann kann ich dir vorlesen ja gut ich bin runtergefallen der boss ist da alles klar aha okay dann zeig mal was da drauf ist ja dann komme ich mal zurück zur base ja so genau weil den haben wir ja gerade erst gemietet vielleicht noch einblenden ich ich habe ich habe ja auch geändert das sollte jetzt irgendwie sowas sein wie also die geht auch aber es geht auch glaube ich morgen müsste auch kopf lp punkt nitrado punkt net gehen ja da schauen wir noch aber es funktioniert auf jeden fall in der beschreibung und werde ich auch einblenden scheiße ich habe gerade zwei gold und bin tot ach wir machen gar nicht die challenge stimmt sonst so ja das ist halt so weil wir gerade angekündigt haben also ist eigentlich hier ein eisen eisen ist ja dann komm mal mit ich baue mich mal dahin mache ich moment kurz du bist ja mein freund ne ja ich baue weiter ja gut dann lol wer ist denn da runtergefallen hast du es gesehen flo bist du noch da flo warum hatten sich der gemutet moment das werden wir einmal kurz überprüfen ich hoffe es liegt nicht am ts server das wäre wäre unschön ne er hat sich gemutet ja warum auch nicht ne ich meine kommen ja mal machen geht doch ja ich muss da bin ich wieder allein unterhalten wir sind gerade auf unserem schicken server aber gar nicht im aufnahmeraum habe ich gerade gesehen ne macht ja nicht ja so ich kann dir jetzt auch ein schwert geben und der beste geschehen flotten flo hier habe ich kann da habe ich nicht mehr über die hat genau gepasst hier so und hier wer will bronze der da hier so flo komm einmal bitte mit zum eisenspawner jo jeden moment lass lieber in die mitte komm lass lieber in die mitte komm wir gehen jetzt töten ok oh jetzt ist er weg na gut dann lass das Bett von den gelben einfach mal kaputt machen weil wenn er jetzt so cool ist und pass auf ne tu ich nicht der ist so dumm zu checken ich hoffe du stirbst jetzt nicht ok du metzlst ich versuche ok äh flo 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 da ist einer einer down ähm ich bin tot ja das kriegst du hin jetzt jetzt hoch komm hoch 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 ja ich versuche es so schnell wie möglich ach so jetzt stimmt ne ich muss zurück ne warte ich komm bleib in der mitte ich komm in die mitte oh egal dann komm in die mitte komm in die mitte ich hab einer runtergeschlagen aber ich hab den auch gekält wir wir machen jetzt einfach du du schlägst dir einfach und ich tue so als hätte ich keine spitzhacke dabei und dann wissen die nicht auf wen die gehen sollen weißt du oh komm mal jetzt jetzt da kommen ganz viele und ja ja warte 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 ich komm zurück boah das ist so ne ich kann nicht zurück das ist so nervig das ist so nervig Leute diese challenge sie regt mich richtig auf ok flo lass mal zum eisenspawner komm zum eisenspawner ne zu dritt werden ja noch chaotischer jo ja wenn man sagt ich geh zum eisenspawner dann kommt der andere ja nach doch so komm zurück ja darfst du nicht ne mann so warte jetzt hol ich hey das hat's gebracht jetzt hol ich uns zwei beste chestplates moment ich muss mich aus ne kann ich wieder nicht leisten es gingen genau zwei chestplates ich hab noch nie mal schwert da mit uns geholt ach god aber immerhin sind wir schon mal ja hier hier da warte ich hole eben was zu futtern dann komm mal kurz zum eisenspawn achso ähm ja wir brauchen halt beide jetzt ein schwert ne das heißt sechs eisen also auf ja go go power rangers so äh und übrigens die die leute die uns auf twitter folgen die haben die nachricht äh von dem ts server schon heute am 27 bekommen und können da jetzt schon drauf also ja zurück wie viel hast du wie viel was machst du achso also ähm wenn ihr solche infos direkt haben wollt dann einfach auf twitter folgen twitter.de steht auch in der beschreibung unten drin und ähm wenn ihr das äh projekt äh community.ds server äh sicher immer am laufen haben wollt könnt ihr auch das ist keine pflicht ich sag's nur könntet ihr auch äh spenden unter dem link der auch in der beschreibung steht ist aber natürlich warte stopp ist aber natürlich keine pflicht so genau würde uns helfen und äh damit damit wir dann halt auch solche sachen mit euch immer machen können solche events wie zum beispiel am samstag genau und wir würden uns freuen wenn da viele auch nach dem community also der für einen monat ist ja schon mal online und äh danach wird online gestellt und da würden wir uns freuen wenn möglichst wieder auch noch und äh ja wenn ihr auf sowas bock habt äh und wir sehen dass der auch gut ankommt und viel besucht wird dann werden wir uns ja dann werden wir den natürlich auch äh kommunikiert länger auf äh online stellen egal ob Prozent ihr spendet oder nicht Team Blau wurde vernichtet starke Leistung haben einfach geläfft ja die haben geläfftet obwohl oh shit ich wäre fast runter geflogen das wäre ja ja ich weiß gut doch ich übernehme ne komm Gold ich auch ich hab schon vier jo ich sammel Gold sechs und hoch komm ja komm mit hoch oh da unten ich immerhin zwei oh oh digger liegt hier viel zwölf stück hab ich äh blau ich hab zwölf stück komm bau dich hoch äh blau äh ich weiß blau ich weiß oh scheiße blaue Bett sich gesnackt ne ist lustig find ich oh hier ist ein grünes Tinti Scharf lol hab ich gehört ne ne Flo Moment komm zurück komm zurück in die Mitte bitte direkt komm zurück ich brauch ein Gold dann kann ich einen besten Bogen holen ähm ich kann dir ich kann ich kann dir auch noch einen zweiten holen danach und dann vielleicht noch einen an Eisenschutz so 14 hab ich 15 16 in der Mitte aber ne okay sehr gut falls einer kommen sollte so jetzt ich brauch Moment der beste Bogen kostet mit Pfeil 14 ne ich bin noch will in diesem Spiel okay dann brauch ich noch 2 Gold äh ähm Bogen der Langsatz ja du kriegst ihn sofort komm 2 Gold bitte 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 ja ja lol es ist nur an einem was gespawnt was soll ne hier jetzt okay okay ich komme oh sehr schön nein boah ich wurde von Tobi angestupst ich wurde von Tobi fuck ich wurde gerade von Tobi angestupst äh das muss ich noch einstellen das ist ein normaler wenn wir uns nicht anstupsen kann wenn du willst Flo zur Base zur Base ja der Tobi ähm ach so von Cybertron tut mir leid Tobi bei aller Liebe gerade ist schlecht so ähm ich melde mich bei dem wenn ich in der Base bin dann kann ich den auch hier reinziehen eben so ähm okay jetzt eben Tobi hier reinziehen hallo Tobi so Tobi hat den Sound aus ist natürlich nicht so eine coole Sache ähm okay bester Bogen plus Pfeil ja und ja sicher hier ja ja schön kannst du mir auch noch einen Bogen kaufen ach gut so und go äh Jo mit äh willkommen dann holen wir uns beiden noch äh schicke Eisenschwerter pass auf komm mal da hinten äh cool in mich reinstellen Flo das ist immer so ein Ding was ich liebe ne okay durch dann guck mal da er hat zwei er hat zwei dicke Schlüsse von mir reinbekommen der ist ne aber ich hab bei mir zweimal Plin gemacht ne einen hat er von mir ja oh guck mal hier liegt jetzt schon wieder viel Gold oh jetzt liegt hier ganz viel Gold das heißt ein äh äh Tobi wir sind gerade in der Aufnahme äh Tobi weil wir wir machen gerade eine Bedwurst Challenge äh das war nur eigentlich ähm die Freund Challenge die ist sowieso zu chaotisch für drei Leute aber das ist hauptsächlich das äh machen wir doch gerade das ist äh hauptsächlich wegen dem Infovideo wir machen die doch ja geht gerade nicht wegen dem Infovideo also wir haben das mit dem Infovideo für den TS-Server eben gemacht und da äh ja okay ja okay wir haben wir haben gerade das Infovideo für den TS-Server gemacht für den neuen Lauf Lauf oh und jetzt ist er tot ja ich nehme jetzt gerade auf mit Ton richtig du bist live im Interwebs also warum die äh ich hab mich da sogar reingezogen macht doch nichts ein Laberfolter dazwischen ja ja hast du das verschärft ja ja genau und ähm ja äh wie wie vielleicht jetzt äh ihr schon wisst äh gibt's schon lange oder ähm auf jeden Fall Leute also der TS-Server da ist der Tobi jetzt gerade auch schon auf der ist zwar noch normalen Member aber dem mache ich gleich ganz viele tolle Sachen Gruppen für 30 erstmal auch schon warte für wie viele Tage ist der jetzt für einen Monat okay ja gut und kann ja jetzt wieder wie ihr seht hat genau genau wurde auch direkt getweetet und wie ihr seht hat Tobi auch noch keine Ahnung gehabt von dem Channel wir haben den erst richtig ja boah alter ich hab gerade richtig Schiss den Schiss meines Lebens Floh guck mal was ich mache ach es hat kein es hat keiner mehr im Bett okay easy bist du das denn noch einer down ja ist euer Bett so hier war doch gerade noch ein Gelber ach da oben hallo ja nice nur noch ein Gelber und drei Rote wo ist der kommt oben okay gewonnen ja Leute das war's von dem lol ich renne automatisch weiter Floh ich drück gar nichts ja geil ähm okay Leute das war's von der Challenge leider nur zu zweit aber der Tobi ist ja jetzt im Nachhinein zugekommen die nächste wird natürlich wieder zu dritt das ging ja auch hauptsächlich um das Infovideo aber da ich keine Bedrocks Folge jetzt im Moment ohne Challenge machen wollte haben wir einfach eine Challenge dazu genommen war alles ein bisschen chaotisch die Challenge ist auch ein bisschen chaotisch aber egal wir haben jetzt äh euch die Info gegeben äh das äh der Server unter der IP Floh dein Einsatz wenn TS 87 TS 87 genau ja Punkt nitrado Punkt net oder Punkt 1 TS 87 genau Link äh IP natürlich auch nochmal in der Beschreibung und hier irgendwann oder vorher schon eingeblendet und ja Leute dann würde ich sagen sehen wir uns äh spätestens hören wir uns spätestens Samstag auf dem TS genau oder vorher natürlich äh wenn ihr genau oder in einem Video wie es ne und ja dann sehen wir uns später mal bis dahin haut rein und tschüss ist das 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 Vielen Dank.